Die Welt verändert sich. Und sie verändert sich schnell. Wir leben globaler, wir leben schneller. Wir möchten selbstbestimmt leben, wo und wie wir wollen. Und wir möchten nicht mehr auf den Briefträger warten. Die Output AG bringt uns jetzt unsere Post, wann und wie wir wollen. Entweder mit dem Briefträger oder im Netz. Aber du brauchst dich dazu nicht auf einem Portal registrieren oder komplizierte Anmeldungsvorgänge ausführen. Es ist ganz einfach. Dein Briefkasten heißt jetzt Bittkasten. Und der ist im Netz. Und du entscheidest, wann und wie du deine gesamte Post bekommst. Du brauchst dich nur mit deinem neuen Personalausweis registrieren. Und schon bekommst du deine Post von deinem Versicherer, von deiner Bank, vom Amt und von allen anderen, die dir Post schicken. Das alles landet an nur einem sicheren Ort. Deinem Bittkasten. Du kannst deine Post ansehen, archivieren, beantworten und auch weiterleiten. Und das Beste ist, niemand bekommt deine E-Mail-Adresse oder sonstige Daten. Und hast du mal keine Zeit, dich um deine Post online zu kümmern, bekommst du deine Briefe einfach old-fashioned mit dem Briefträger zu dir nach Hause gebracht. Einfacher geht's nicht. Der Bittkasten. So geht Post heute. Eine Innovation der Output AG.